Hallo und herzlich willkommen bei Jan und Maxi. Heute machen wir die Speed Draw Challenge. Ja, Maxi weiß selber noch nicht, was es ist. Ich schon. Ja, wir kriegen jetzt irgendwelche Sachen zu gerufen und die müssen wir dann so schnell wie möglich, ohne abzusetzen, richtig schnell malen und da muss es möglichst genauso aussehen, wie das, was wir vorbekommen haben. Du malst jetzt einen Geist. Okay. Okay, Maxi, ich will, dass du einen Vogel malst. Okay. Wunder 1. Jan beginnt in 3, 2, 1. Go. Das ist ein Geist. Guck, hier ist die Kapuze, hier sind die Arme, hier ist der Dingens und hier ist das Gesicht. In 3, 2, 1. Go. Das ist... So, wir haben jetzt bei Maxi, hat jetzt noch einen Punkt hingemalt, damit man das erkennen kann. Vogel, hier ist der Schnabel, hier ist das Auge, hier ist der Körper, hier ist der Flügel. Und hier sind Flügel? Flügel, ja. Sieht aus wie ein Vogel. Und hier sind dann die Beine. Runde 2. Ja, ja. Du malst jetzt eine Eidechse mit Boxhandschuhen. Okay. Mal gucken, ob du das gebacken kriegst. Und du malst einen Typ mit einer Sonnenbrille und einem Zopf. Okay. Maxi beginnt in 3, 2, 1. Go. So. Ja, das ist es geworden. Ja, Maxi jetzt wirklich einen Bekommen, einen Typ mit einer Sonnenbrille und einem Zopf. Für alle, die sich nicht sichten können. Hier ist die Sonnenbrille. Also hier ist die Sonnenbrille. Hier ist der Zopf. Und hier ist der Kopf von dem Typen. Ein Typ mit einer Sonnenbrille. Und nochmal zum Verständigen. Das ist der Mund. Das ist wirklich eine Eidechse mit Boxhandschuhen. Ja, und jetzt... Da sind die Boxhandschuhe, da ist der Kopf der Eidechse und dann geht er runter. Hier ist dann... Warte, guck. Hier ist das Auge. Hier ist der Mund von der Eidechse. Hier ist dann der Boxhandschuhe. Und das ist dann die Eidechse mit dem Boxhandschuhe. Da sind die Füße. Runde 3. Das Battle. Okay, Maxi. Ich will, dass du einen Malz, der aus dem Fenster springt. Okay, das schaffe ich. Aber danach will ich, dass du eine Kobra malst, die in einen Topf geht. Okay, das kriege ich hin. Werden wir ja mal sehen. Und... Drei, zwei, eins, go. Nicht das nun. Hier ist der Körper und hier sind die Beine. Da sind die Arme und der fällt aus dem Fenster. Jo. Wenn man das... Drei, zwei, eins, go. Okay, eine Schlange, die in einen Korb geht, ja. Also hier... Hier ist die Schlange. Hier ist die Schlange, ne. Und hier ist dann der Korb. Hier ist die Öffnung und hier geht's dann so runter für den Korb. Und das ist dann der Boden und die Schlange will da so rein. Okay. Das war's. Mit... Jan und... Maxi.